Musik Hallo, ich bin Carsten im Sauerland. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stückchen begleiten. Musik Ja, hallo nochmal. Oh, der Winter bläst ganz schön rein. Wie gesagt, ich bin im Sauerland unterwegs, ziemlich genau in der Gegend um Warstein. Und ich bin auf der Suche nach einer Höhle, einer Tropfsteinhöhle. Das ist die Bildsteinhöhle. Ich bin übers Wochenende zu Besuch bei einem guten Freund von mir. Und diesmal dann mal nicht ganz alleine unterwegs. Wenn ihr Lust habt, nehme ich euch gerne noch ein Stückchen mit. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sind wir im Bildsteintal angekommen und da geht es gleich hoch zur Höhle Da bin ich ja schon mal gespannt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt sind wir oben auf dem Bildsteinfelsen angelangt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, mittlerweile sind wir schon wieder ein ganzes Stück von der Bildsteinhöhle weg War wirklich eine sehr schöne Höhle, aber leider war es doch ziemlich dunkel, teilweise zu dunkel zum Film Und naja, der Akku, der Kamera hat auch nicht mehr so ganz mitgemacht Zwischenzeitlich habe ich dann jetzt die Kamera wieder aufgeladen, habe ein Akku-Pack dabei Und ist hier wirklich ein wunderschöner Wald Teilweise wirklich, wenn hier der Wind durch die Tannenwipfel streicht, das hört sich an, als würde einen gerade ein Auto überholen wollen Eigentlich ganz lustig Aber wenn ihr wollt, könnt ihr noch ein kleines Stückchen mitkommen Ja, jetzt sind wir noch ein kleines Stückchen mit dem Bildsteinfelsen angelangt Das ist schon ein kleines Stückchen mit dem Bildsteinfelsen angelangt Und wir können noch ein kleines Stückchen mit dem Bildsteinfelsen angelangt Untertitelung des ZDF, 2020